Hey Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Among Us. Wir haben wieder in einem sehr coolen Stack gespielt und ich habe euch jetzt mal echt was zu zeigen, denn da nehmen wir einen Imposter wirklich hops in dieser Runde. Simon ist ein absoluter Psychopath und als Crewmate habe ich selbst nicht so wirklich den Überblick behalten, wer denn hier überhaupt Imposter ist. Aber ich war mir zu einem Teil recht sicher, dann wieder nicht. Wir haben auf jeden Fall Leute verarscht, das war sehr, sehr lustig. Lasst gerne ein Like da und hey, ich habe ein paar Kommentare gelesen, weil ich mal gesagt habe, vielleicht schaffen wir noch die 100k dieses Jahr und die haben mir da geschrieben, das wird nicht passieren. Abonniert doch einfach den Kanal, wenn euch das Video gefällt. Vielleicht schaffen wir es noch. Ich würde sagen, viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Oh shit, okay. Ich habe nichts gesehen. Direkt an der 4D Lights, ich habe gerade die Tür aufgemacht, auf einmal stehst, der Report hat und ich habe auch die Rechte zu sehen. Wir waren gerade alles da. Ich wollte gerade callen, ich wollte gerade callen, das muss Simon sein, der sicher sauer ist, weil Tim zu spät gekommen ist, aber der ist gerade mir vorbeigelaufen, der kann es nicht tun. Also ich kann auch Amar ausschließen, weil ich stand am Ende in diesem Labyrinth ganz grundsend im Süden und ich dachte so, ich bin der erste da und Amar ist einfach auch da gewesen. Ja, es muss einmal gewesen sein, der mit uns mitgelaufen ist und ich habe drei gesehen, einer von uns tot und jetzt ist eine Raffine da. Ich habe Nico gesehen, ich habe Reef gesehen. Wo warst du? Aber ich bin nicht nach links gerannt. Natürlich. TJ, wo warst du? Wo warst du? Ich stehe halt auch daneben direkt. Ach so, du warst auch bei Lights. Okay, es war's. Also es deckt noch jemand in Lights. Aber TJ, ich stehe nicht vor Lights. Ich bin halt, ich wollte zu Camps laufen, aber hatte aber auch den Report-Button. Ich stehe nicht im Stack drin, aber ich hatte trotzdem den Report-Button, weil ich noch nicht so weit bei Camps war, dass trotzdem der Report-Button aufgeploppt ist. Aber wir können sagen, wer alles da war und die, einfach alle Verdächtigen, wer war alles genau da? Ich war da. Randon, Fiene, TJ, war am Ende da? Also kurz vor dem Ende, ja? Ja, aber das würde keinen Sinn machen. Er müsste ja, weil Tim ist dann schon weit vorne. Können wir nicht vier Leute einfach ausschließen? Ich weiß, dass Simon an mir vorbeigelaufen ist. Er sagt, er hat an Mountain gesehen und bei mir war BAM, der ist in Storage reingelaufen, ich stand vor der Tür, weil ich dachte, ihn will vielleicht jemand umbringen. Ähm, Ungl, hier vertraue ich nie wieder bei sowas. Okay. Das ist so ärgerlich. Aber ich bin Crewmate tatsächlich, ja. Deswegen, ich weiß auch, dass du Crewmate bist. Ich weiß, es ist ein sehr random Call, aber ich hasse am meisten Antonia, weil die ist nur sehr leise hier. Ja, weil es mich voll überrascht, dass die jetzt schon Crewmate ist, direkt vor Leid. Weil es ist auch nicht so ein riesen Steakma eigentlich. Chat, Card-Lifehack. Nie wieder K2 empfehlen. Oh, ich habe drei Tasks in Specimen. Ich bin so tot einfach. Holy shit. Okay, ich habe Note, ich habe Temperatur, ich habe Sample, ich habe Tree, ich habe Weapons und ich habe Triple-Task hier unten. Ich fange mit Simon Says an. Okay, Toni und Nico sind mir vorbeigelaufen. Leid gehen jetzt aus. Leid ist instant gefixt. Okay. Ich habe eine Leiche gefunden vor Weitels und da war gerade noch eine Person bei mir. Ich habe nicht mehr mehr. Ja. Okay. Wenn Mr. Brandon auch gesehen habe, wie ich von unten in Admin quasi hin will. Wo ist die Leiche? Vor Weitels. Wo ist Weitels? In Admin. Das ist der Computer in Admin. Da, wo wir alle anderen fangen. Da ist eine Flipkarte, wo man die Karte dreht und dann drauflegt. Aber TJ ist dort gestorben. Ja, TJ ist gestorben. Schwarz ist gestorben. Aber Bam hat doch reportet. Nee. Ich habe reportet. Bei mir steht Bam. Ja, ich habe reportet. Bei mir steht Bam. Hast du die Beta? Nein. Okay. Dann liegt es mir schon mit. Das ist vielleicht einfach bug. Bam, warst du in der Nähe von Admin? Nee. Okay. Also ich bin jetzt gerade wieder aus Storage. Ich bin ja mit euch da raus zu diesem Temperaturfühler. Ja. Und dann links zu Storage, um quasi den Kanister weiter aufzufüllen. Also ich weiß nicht, wie lange die Leiche da schon liegt. War jemand in letzter Zeit ein bisschen in der Nähe von Admin? Also ich... Darf ich einmal kurz was sagen? Ich weiß ganz genau, wer bei mir in der Gegend war und das war auch TJ, Bam, Unge und der Nico. Der Nico ist aber weiter nach Laboratory gelaufen. Ja, genau. Und Veni kam mir von links in Specimen entgegen. Das heißt, er könnte theoretisch von Admin gekommen sein. Ja, das weiß ich. Na, weil Tony ist mir entgegengelaufen. Ich muss eigentlich sagen, es ist ein Self-Report. Ja, ja, ist schon klar. Aber ich kann den Kill nicht gemacht haben, weil ich direkt in Specimen in die Runde reingegangen bin. Ja, aber Veni... Also Veni war bis jetzt... Also Veni war für mich sehr sass. Die, die... Ich gebe jetzt nochmal, aber to be honest, dass Veni für mich sass, auch weil er so wenig redet und sonst ne Veni nicht so zurückhalten ist, wenn... Bei sowas. Ich habe keinen Task zum Up- oder Downloaden. Kommt Bam mit mir mit? Erde. Oder gehst du füllen? Ah, geht füllen. Ich habe keinen Upload dieses Game. Oh. Kam vier Tage noch aus dem Benz? Ich bin gerade zusammen bei Lines gewesen mit Veni, Brandon, Bam. Wir zu viert waren da, richtig? Ja. So, wir sind nach unten... Also ich bin nach unten gegangen. Veni ist, glaube ich, Camps gegangen und auch jemand ist mit mir untergegangen. Ich bin mit unter. Und in O2, also da, wo man das Wasserrad drehen muss, liegt eine rote Leiche. Und jetzt pass auf, die einzige Person, die nach links gelaufen ist, ich habe nur auch Links-Tars gehabt, und die einzige Person, die am Anfang links gelaufen ist, war Reefd. Dann bin ich wieder zurück nach rechts in Admin rein, weil ich nicht mit Reefd alleine laufen wollte, weil ich finde Reefd schon highly sass aufgrund der letzten Runden. Und jetzt liegt links unten eine Leiche. Finanziell, wo ist Reefd langgelaufen? Wo ist Reefd langgelaufen? Also, ich würde Fina auch noch nicht ausschließen. Hallo? Die war auch in dem Stack drin. Also, wir haben noch keine rausgezogen, oder? Können sich jetzt nicht decken. Ich weiß nur, dass sie hoch ist, aber vor mir auf jeden Fall. Ich glaube, bei der Leis ging... Komms war mein erster Stock. Genau, und währenddessen ist vor uns Licht ausgegangen. Und ich glaube, wir sind halt so ineinander gedingstet. Woher warst du, dass ich in der Camp war? Weil ich am Ende zu Camps gelaufen bin dann auch. Weil ich auch zu Camps wollte. Simon, ist euch Toni entgegengekommen unten? Nee. Ja, dann ist das gelogen. Ich kam nicht zu Camps. Ich kam in Camps, ich stand am Ende in Camps. Und ich wusste nicht, dass du in Camps bist, Veni. Ich würde nicht die ganze Zeit skippen, ich würde langsam mal voten. Oh ja. Ja, genau. In my opinion ist es Veni, weil wie sie sagt Veni, dass ich nicht in Camps war. Und ich weiß, dass er in Camps war. Das ist alles heilig. Ich bin mir nicht sicher, ob ich Viene wenden habe. Ich weiß es ehrlich nicht. Ich kann es nicht sagen. Wenn Viene nicht gewendet hat, dann muss es am A sein. Eigentlich, oder? Das Ding ist, Viene hat Toni auch defended. Viene hat Toni auch defended. Deswegen ist das alles ein bisschen unschlüssig. Das ist safe. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Toni war. Also, die Sache ist die, ich habe es einfach noch mal gedrückt, weil wer hat am Ende gesagt, es ist Veni, Veni wahrscheinlich, oder? Dass es Veni ist. Es könnte natürlich, also, pass auf. Es könnte natürlich sein, dass einer den Kill am Anfang gemacht hat und Veni war ja nicht, also Veni hätte den Kill am Anfang nicht machen können, den ersten Kill. So, Veni ist für den ersten Kill safe. Dann der zweite, das hätte ich sein können. Ich verstehe schon, was du machst. So, das heißt, jetzt bei Folgendes. Hätte Viene Reef nicht gedeckt, sondern wäre Viene mit auf den Train aufgesprungen und hätte gesagt Reef, hätte ich geglaubt, vielleicht ist es Veni, aber weil Viene noch Reef gedeckt hat, würde ich nicht glauben, dass es, äh, weiß ich, Viene, warum denkst du? Und das erste, ich habe es hier halt nie gedeckt. Ich habe einfach nur gesagt, wir waren am Anfang zusammenkommst und dann ist Licht ausgegangen und dann, glaube ich, ist sie auch mit mir nach oben gelaufen, in mir drin. Ja, aber du hast auch gesagt, du hast auch gesagt, lieber nicht voten, du würdest wegen sie. Ja, das ist auch smart, aber sieben zu voten. Ja, ist auch smart. Ist auch smart. Ja, das Ding ist trotzdem, ähm, einen Punkt muss ich dazu sprechen, du hast dir am Ende jetzt auch noch versucht, so ein Alibi zu kaufen mit dem Campsding, weil du warst halt oben, ich habe dich laden sehen, das stimmt schon, also du hast getankt, bei dem Tank oben rechts. Ich habe halt wieder denselben Fehler gemacht, weswegen ich schon mal Caruso rausgewurtet habe und wir eine Runde verloren haben. Ich habe extrem schnell durch die Camps geskippt und es sah für mich so aus, als ob du dort aus dem Wendt gekommen wärst, aber das würde auch keinen Sinn ergeben, dort zu wenden, weil dann hättest du bei Leitz ins Wendt ran springen müssen oben. Der Anfang ist mir immer noch ziemlich suspekt, weil ich glaube, dass wir nur zu dritt vor dieser Tür standen und dann halt Tim gestorben ist. Und ich war, ich habe gerade die Tür aufgemacht und ich habe auch nur noch Fiene da gesehen und die Leiche. Die Sache ist, wo hast du gerade eine Tür aufgemacht? Ganz am Anfang das, immer noch, das war mir immer noch ziemlich... Wir waren, wir sind nur zu dritt oder so hinten. Nein, das haben wir nicht mehr gesehen. es haben doch wesentlich mehr Leute gesagt, dass wir da waren. Mooka ist, die Sache ist, Reef war dreimal Hass, deswegen... Ich bin nicht fertig mit Tasks, scheiß auf alles. Das Ding ist, der zweite könnte legit jeder sein. Fiene ist halt extrem auffällig, aber, oh, was gehe ich hier an? Aber Amasa gar nichts, also es könnte auch Amasa sein actually. Ich mache meine Tasks fertig und dann gehe ich einfach auf Admin-Panel-Duty, solange bis ich umgebracht werde. Junge, Brennan! Niemand weiß, wo Fiene ist. Das war ich. Ich wollte nur einmal ganz kurz gucken, wer noch alive ist. Ich sehe es halt nicht, bei mir ist, da sind die falschen Leute grau. Ist irgendjemand gestorben? Ne. Achso, wir sind zu sechs. Was mich schon wieder ein bisschen gewundert hat, dass alle zusammen irgendwie rumgelaufen sind, außer Fiene. Ich mache meine Tasks auf einmal. Okay, okay, was hast du als letztes gemacht? Als letztes war ich ein Specyman und habe gerade 1, 2, 3, 4, 5, gemacht und dieses einsortiert. Okay, aber Weni und ich waren gerade das Specyman. Hä? Weni, wir haben doch gerade... Ich habe die Jungs gesehen dort. Ja, wir waren gerade das Specyman, Weni. Hä? Ich bin aber gerade das Specyman. Aber wo genau bist du das Specyman? Wo genau bist du das Specyman? Ich bin theoretisch in Specyman, eigentlich so an der Tür, wo der Gang anfängt. Theoretisch? Ja, ungefähr, hä? Bei 1, 2, 3, 4, 5, warte, 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 bei 1, 2, 3, 4, 5, was hast du als neunte Zahl eingegeben? Neunt? Das kann hinkommen. Okay, ja, ja. Leute, ihr fokussiert euch wirklich viel zu stark auf mich, weil ich bin es echt nicht. Ach, kass. Ach, kass. Ach, kass. Ach, kass. Ach, kass, nur meine Tasks. Wollen wir weniger fokussen? Okay. Okay, okay. Ach, kass, kann ich das so sagen. Aber warst du jetzt rechts oder links vom Gang? Ich war in dem Gang von der Mitte von Spaceway, also diesem Raum, Richtung Office. Okay, aber ich stand gerade an, da wo man diese Firmchen einsortiert und wenig stand bei mir. Und ich kam von links natürlich rein. Ich glaube ehrlich, das ist ein Game Bug, weil ich bin da wirklich gerade, Leute. Okay, okay, vielleicht ist ein Bug, ja, okay. Okay, wollte nur fragen. Aber ich muss trotzdem sagen, viel, ich muss im Auge behalten. Das könnt ihr ja gerne machen. Das ist ja gar nicht so ein Problem. Aber nicht alleine, also nicht alleine. Okay, okay. Jungs, ich war so ein König. Leids sind fixt. Wer hat Leids gefixt? Bam. Aber nur bam? Ja, nur bam. Oh, lol. Wo war der? Weil ich habe viele gerade gesehen. Wo war der, okay? Vieles von oben gekommen und wollte gerade zur Admin rein. Also links von Admin rein. Und die ist von oben gekommen. Und wo ist der Kill? Und wo warst du, Simon? Ich war gerade in der Tür von Admin. Aber ich habe Imposter-Wish, deswegen konnte ich dich schon sehen. Ja, ich glaube auch, Simon. Oh, scheiße, Simon ist so ein Psychopath, Alter. Ich weiß nicht. Das ist so schlimm. Wo war der Leids, Simon? Ja, pass auf, pass auf. Ich bin mir sicher, dass es zwei Leute nicht sein können. Das sind Bam und Fiene. Weil ich bin gemeinsam mit Brandon zu Leids gelaufen. Und die wurden dann gefixt, genau in dem Moment, wo wir bei der Tür waren. Und ich habe Fiene davor ein Lab gesehen, wo wir losgelaufen sind. Und Bam ist dann bei den Leids gewesen. Ich bin wieder rechts raus. Und Brandon ist aber, wo die Leids gefixt wurden, in die andere Richtung gegangen. Und ich gehe wieder raus aus der Tür und dann liegt es in der Leiche da. Fiene hätte das nicht von der Geschwindigkeit erschaffen können. Und Bam war auf der ganzen anderen Seite. Der stand zwischen uns. Das heißt, die zwei können es nicht sein. Jetzt ist die Frage, ob es einfach obvious Amar ist oder ob Simon einfach ein Psychopath ist. Nee, ich bin es nicht. Und ich glaube auch, Amar ist es nicht. Ich glaube, du vertustest dich. Weil Amar hat am Anfang diese Labyrinth ausgehauen. Das wird er niemals als Imposter machen. Habe ich direkt in der ersten Runde gesagt. Glaub ich es mir. Also ich, 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 ich kann es nicht vorstellen. Simon, vielleicht unterschätzt du Amar auch. Ich habe sie nicht gesehen, weil Leids raus waren. Und als Leids anging, bin ich rein und Brandon ist wieder rausgegangen aus Leids. Ja, aber die Sache ist, es können ja immer noch gerade Veni auch gewesen sein, oder Veni? Du hast die Leiche hier reportet. Nee, ich war gerade ins Beste mit einem 1.5.5 gemacht. Aber ich glaube, Veni ist es nicht. Werfen der Münze, oder? Werfen actually eine Münze. Ganz, ganz knappe Geschichte hier. Hä? Zwei Leute vertrauen dir nicht scheinbar. Zwei Leute vertrauen dich. Ich finde es actually zu funny, um es gerade rauszufinden. Amar macht Wasserradar. Das Ding ist, Bam kann es nicht gewesen sein. Ich kann eigentlich nicht bei ihm bleiben. Obwohl, nein, ich weiß, dass er confirmed ist. Zwei Electric, einer O2. Zwei Electric, einer O2. So, Reaktor ist gefixt. Keine Leiche. Die laufen alle offen rum, irgendwo gerade. Es kann keine Leids sabotiert werden gerade. Einer Office. Zwei Office. Lab ist weg. Noch eine Atmen. Hi, Simon. Oh, shit, dude. Das muss ein Vent-Kill gewesen sein. Das muss ein Vent-Kill gewesen sein. Nice. Danke. Freunde, gibt es euch gut? Aber ey, es war so klar. Ey, klar. Die Kill-Spiele. Die Kill-Spiele. Die Kill-Spiele. Ich kriege nie. Was soll das? Die killt mich instant, ganz am Anfang. Self-Report. Keiner Sosti, seid ihr lustig? Doch, wir haben die ganze Zeit für sie gewotet. Oh, das Dream-Team. Niko und Lamar sind hier. Oh, wieder Lila. Ich habe einen Riesen-Riesen-Sust, leider. Herr Bam, sie sind am Anfang direkt zu Schlüssel gelaufen. Was hat das denn davor? Hat das Schlüssel-Task, Bam? Ich hatte Schlüssel-Task, ja. Ja, dann bist du dran. Nice. Fuck. I already voted. Ich wollte zuerst Mölkens hinmachen, aber ich dachte, okay. Bam hat auch Antonia umgebracht wahrscheinlich, weil er ist nach rechts gelaufen und Antonia ist auch rechts gestorben. Warum? Fängt gut an heute, wie es in den Posten geht. Es gibt Common-Tasks. Die haben alle oder keiner und Schlüssel hat halt keiner. Du musst das Imposter immer schauen, welche Tasks du hast. Du hast dieselben Tasks. Du hast dieselben Tasks für die Kill-Mets. Ja, auf die Karte gucken euch. Okay, wer hat geskippt? Spaß beiseite. Ey, poste, der andere. Jetzt, wenn wir die Runde holen, insane, okay. So, wir fake-campen kurz Lights. So, hoffen wir, dass das Timing hin hat. Da gibt's niemand hier. Du, wo sind alle? Okay, warte mal, dann müssen wir den in der Camp vielleicht ausschalten jetzt. Du, da hängt die ganze Zeit in der Camp. Wir müssen irgendwas für den machen. Wir müssen irgendwas rausfinden hier. Deswegen ist Tasks werden soweit fortgeschritten sein. Oh, shit, dude. Okay, wir machen ganz dreisten Kill jetzt einfach, okay? Und so was, ob ich auch einen gesperrt wäre. Machen wir Office zu. Jetzt gehen wir für den Kill in den Specimen. Hat ich's nicht mehr da, shit. Egal, wir fallen trotzdem, ob wir Specimen winen kriegen. Actually. Ach, shit, kommt mir keiner entgegen. Okay, das wird ein schwieriges Game. Ich hab richtig an Lucky Timing, was die Leute angeht. Okay. Drei Leute in Lab, keine Leiche gefunden? Okay. Okay, also ich hab auf der Lifeline gesehen, dass schon zwei Leute tot waren. Ich glaub, das war Amar und Nico. Ich hab gerade Nico in Lab gefunden, rechts oben. Ich hab grad dasselbe gesehen in Live-Line und bin grad ins Specimen reingegangen, um zu schauen, ob dort eine Leiche liegt. Ja, ich hab TJ, ich wollte nur noch mal anmerken, ich hab oben auch gerade gesucht, weil die Runde ging mir zu lange, deswegen bin ich gleich zu suchen gegangen. Ja, ich hab dich in Office gesehen, TJ. Und soweit ich weiß, führt auch noch ein Vent von Lab ins Office. TJ ist safe. Ich bin die ganze Zeit mit TJ gewesen, erst als in der Dunkelbahn wird's verloren. Ich glaub, ich hab am Anfang Bam sofort rausgeholt. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ja, genau, genau, genau. TJ ist safe. Okay, TJ ist clear. TJ, kannst du Simon auch proven? Äh, eigentlich die meiste Zeit, ja. Okay. Ich hab die Beine mal double gecheckt, weil ich auch auf der Ecke war und ich dachte mal, Simon killt. Ich war eigentlich fast die ganze Zeit bei ihm. Ich bin basically all over the Map gelaufen. Ich hab ein paar Mal Simon und TJ gesehen, Kev und Fina bin ich nicht gesehen, ich hab Nico einmal gesehen bei Lights. Ich hab Fina auch kaum gesehen. Ich hab euch auch alle nicht gesehen. Ich hab euch alle gesehen, ich hab Feni gesehen, ich hab Fina gesehen, ich hab Fina gesehen. Simon war in der Cam, oder? Ja, nee, nee, war ich nicht, nee. Ich war die ganze Zeit mit TJ rumlaufen, aber Feni und Fina sind mir und Southwest begegnen. Wait, war irgendwer von euch in der Cam? Ich war am Anfang in der Cam, ja. Äh, ich war nur ganz kurz im Camraum, als TJ auch im Camraum war, aber es war wirklich kurz. Könnte der zweite Body dort liegen? Könnte sein. Okay. Könnte sein. Hast du da jemanden gesehen? Also Antonia? Nein, 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 wir haben Nico gefunden gerade, oder? In Lab war das. Ja, genau, genau, genau. Fina hab ich Fina unten links gesehen und Vini hab ich nur einmal bei Lights gesehen, ist die Sache. Und Vini kam von rechts, glaub ich. Nee, wir haben uns auch einmal bei Communications gesehen, oder war das nur Simon? Da hab ich dich nicht gesehen, nee. Da hab ich dann Weapons gemacht. Vielleicht ich nur, aber die Sache ist, wir haben, äh, wir müssen nicht voten jetzt. Ja, wir sind in Fass. Und ich hab ungefähr einen ähnlichen Sass auf Vini, Fina und Kev, also deswegen kann ich es nicht ausschließen. Vini ist gangweise bisschen Sass, aber ich kann es nicht sagen. Naja, am meisten auf jeden Fall. Aber Kev, irgendwie mehr ist das als weniger. Ich kann es nicht ausschließen, leider. Ich muss irgendwen zu mir schleppen, also irgendjemanden auf meine Seite holen. Oder ich bringe Unge oder TJ um. Eins von beiden. Das ist halt die Frage jetzt dann. Ich tue erstmal hier downloaden. Kev wird mein Killer. Die Frage ist, wen ich umbringe. Ich glaub, Unge oder TJ. Eins von beiden. Ich muss nur irgendwen finden von denen erstmal, das ist das Wichtigere. Scheiße. Kevs Leiche liegt in Office. Beim Atmen-Table-Dots. Ja, ich war zusammen die ganze Zeit. Ihr wart die ganze Zeit zusammen, da hab ich mir schon gedacht. Ich bin grad die ganze Zeit an Lifelines gewesen. Ich hab Licht an gemacht und seitdem stehe ja Lifelines. Also schade wenig, aber das bist dann du selbst gewesen. Ist gerade das ein Report geworden, Fina? Äh, ich bin actually wirklich vor drei Sekunden davon weggegangen, weil ich gesagt hab, ich will eigentlich mit TJ und Simon rumlaufen, damit die wissen, dass ich es nicht bin. Ich bin gerade, nachdem ich Links-Task gemacht. Wer hat Lights gefixt? Warte, warte, warte. Wer hat Lights gefixt? Ich. Ganz am Anfang. Bullshit. Ich war nämlich oben dann, da war niemand. Ich war dann kurz in Camps, bin rüber gelaufen, weil ich niemanden gesehen hab. Bei Labs war die Tür zu, ich bin runter, durch die Tür bei Atmen rein. Die Likes ganz am Anfang, die ich schon aus war, als die Runde begann, da haben ich und Kev Lights gefixt. Ich bin rüber gelaufen, in Lab war die Tür zu, dann bin ich runter, bin bei Atmen reingegangen, da war niemand. Ich lauf runter in Richtung Specimen, weil ich eigentlich den PC checken wollte. Also wer ist, in welchem Raum. Da liegt einfach Kev's Leiche vor der Tür bei Specimen. Okay, wir haben euch beide angehört, jetzt müssen wir uns überlegen. DJ, was sagst du? Es ist 50-50, ne? Das Problem ist, Fiene kann lügen, Veni kann lügen. Ey, ich bin fertig mit meinem Task. Ja, mir fehlen leider noch zwei Tasks. Ich hab ja oben in Lab, ich hab ja oben in Lab eine Task gemacht, an diesem Kabel, wo du auch gemacht hast. Und dann hab ich gesehen, dass ich noch eine Lab bekommen hab, irgendwie links. Und ich hab noch eine Specimen, also mir fehlen Lab und Specimen. Das Problem, der Punkt ist, der Punkt ist folgende. Wenn jetzt Veni Fiene tötet und dann Reaktor anmacht, haben wir verloren. Wenn Fiene Veni tötet und weißt du, ich meine, also wenn wir jetzt nicht voten, ist auch scheiße. Die Sache ist, wenn ihr Veni votet habt, ist auch vorbei, ne? Ja, lass uns Veni voten, lass uns Veni voten, lass uns Veni voten. Und ich sag dir warum, weil Gameplay war sehr stark und ich traue Veni das noch ein Stück weit mehr zu. Das ist nur von an Fiene, aber die Leichen sind so unauffällig gestorben. Und deswegen, halt irgendwie wer's hat. Gigi's. Gigi's. Almost had that one, almost had that one.